Zu niedrig. Hm, doch, das ging. Okay, jetzt müssen wir dich nur noch wieder zum Umkippen bringen. Dass wir nicht klappen würden, weil da was im Weg ist. Nein. Äh, meine Hand brennt. Gut. Wow. Bitte. Mensch. Ja. Jetzt ist nix im Weg. Kipp um. Noch einen rauf. Bisschen anstoßen. Nein! Kipp um. Noch mal einen an. Obwohl. Der bewegt sich noch rum, man. Wie kriege ich den jetzt erledigt? Das war nicht schlecht. Dich müssen wir jetzt umstoßen. Stoßen! Ist doch schlecht. Es wird nicht verrecken. Verrecken! Das ist super. Irgendwie... Ich stehe für die falsche Vögel dafür. Das ging ja schon mal gut. Jetzt musst du irgendwie wieder umkippen. Ja, du bist... Ja, toll. Du bist durch nichts gestorben. Gut. Nein. Das war wieder nichts. Ja, gut. Jetzt habe ich da wieder den Weg gebaut. Ja. Nochmal. Kipp um. Verdammt. Scheiße. Dass es auch nichts werden soll. Verdammt. Super. Super. Nein. Das muss umkippen. Jetzt muss alles umkippen. Genau jetzt. Und kippt es um? Es fährt schon wieder zurück. Nicht schlecht. Doch sehr schlecht. Sehr schlecht. Sehr behindert. Nö. Dann helfen mir die 10 Punkte auch nicht. Warum muss auch da Holz im Weg sein? Wenn ich nur wüsste... Hier ist ein kleiner Stein. Den habe ich getroffen. Jetzt warte ich, bis du verschwunden bist. Er ist verschwunden. Das rollt. Wieso rollt alles? Es rollt immer schneller. Hä? Äh? Äh... Äh... Jetzt muss ich nur noch irgendwie die... Schweine nach hinten fertig machen. Rollt zurück. Fall... Zu tief? Da... Ja, toll. Nochmal. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Ansatz. Zack. Okay, jetzt heißt es. Es war... Moment, ich muss mich räuspern. So. Na. Jetzt bewegt sich ja gar nichts mehr. Ja. Wir können alle zurückfahren. Das ist nicht gut. Fahr zurück. Nein. Du versperrst den Weg. Oh Gott, das ist alles so spannend. Ich kann nicht mehr reden. Ah. Fuck. Fuck. Kipp. Und... Nein. Nein. Oh Mann. Warum muss einer übrig bleiben? Nein. 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 Verdammt, nochmal Ein bisschen anschubsen Fahr doch zurück Nein, es fällt weiter vor Das ist eine Scheißaufgabe Es fährt schon mal zurück, das ist so Oh Mann, bei solchen Momenten bin ich sprachlos Oh nein Jetzt kippen die beide um Oh nein Wie mache ich das jetzt? So Ja Ich will es gar nicht perfekt lösen Nein Ich will keine 100% Wie mache ich das jetzt? Da unten ist TNT Das war gut Ich da oben würde ich rumschmeißen Klopp Gut Haben wir da noch ein Vögelchen? Das war nicht gut Das kann ich ja gar nicht mehr lösen Nö Nochmal, vielleicht muss ich den da vorne einfach mal anschubsen Verdammt 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 Ha 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 Okay Nein Das ist eine reine Zielaufgabe Äh, wie muss ich So Obwohl Nur winkelgerecht Komm einfach Nein Nochmal 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 Oh, hallo Jungs! Nein! Wieso passiert das jetzt? Ich hab das Video gestoppt. Wie dumm das ist. Spiel doch einfach ein Video ab. Okay. Das war cool. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie beide erledigen. Am besten steuern ich den unteren an. Jetzt. Ja. Ging doch. Schade, ich kann hier nicht mehr sinnlos wegfeuern. Aber drei Sterne. Das ist... Wow. Okay, das wird erstmal nichts. Ich hab wieder böse Vögel. Stirb. Oh, Mann. Ah. Was für ein grandioser Tag. Wie alles in die Luft fliegt. Wie mach ich das jetzt? Das ist ja schon mal gar nichts. Jetzt noch die andere Seite, die da guckt. Okay. Nein. Super. Oh. Klasse. Einfach klasse. Grandios. Wie das einfach gar nichts wird. Toll. Wie haben die das gebaut? Oder wie kommen die da wieder raus, wenn wir verloren haben? Gar nicht, oder? Ist schon wieder sinnlos in die Mitte geflogen. Äh, weg. Ja. Genau. Genau. Genau das ist es. Was? Was bringen diese gelben Vögel? Äh. Die sind Vögel. Super. Äh. Steuern die nach unten an? Das bringt nichts wahr. Äh. Äh. Steuern die nach unten an? Äh. 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 Nein. Äh. Jetzt wo das Video gerade gelaufen ist, wohl habe ich jetzt Lust das zu gucken. Das war genau jetzt. Das ist alles nicht okay, dass ich das hier abgekomme. Geht. Das ist alles völlig falsch hier. Das kann ja gar nicht klappen. Ich muss wirklich die Stützen fertig machen. Das war ganz gut. So. Das war nicht so toll. Kiff um. Äh. Okay. Leider nicht. Aber der Ansatz zählt. Der hier. Alles die Grünluft. Das stirbt. Du. Komm mal den Weg frei. Danke. Jetzt. Kein Fehler. Kein Scheiß machen. Kein Scheiß machen. Kein Scheiß machen. Pe- Hat leider nicht geklappt. Äh. Oh, wenn das ging. Das war jetzt wieder völlig falsch. Kurzzeitige Verwirrung. Probieren wir es einfach weiter aus. Nein, das war zu hoch. Äh. Das war wieder nix. Jetzt habe ich den Winkel völlig draußen. Zack. Super. Das hatte ich auch noch nie. Nein, das kann wieder nix werden. So. Jetzt der Ultra.